Ich bin ausgewachsen und habe eine Schule gewachsen, aber ich habe eine Schule gewachsen, dass es die Stadt nicht weit von unserem Dorf ist, mehr oder weniger, nicht wie viele zwei Kilometer. Ich habe zwei, zwei, zwei halben Kilometer, vielleicht eine ander halben Meilen, mehr oder weniger. Und ich musste durch den Wald gehen, und meine Mutter gab mir ein Atlas von verschiedenen Fegelach. Also ich gehe durch den Wald, ich schaue mein Atlas, und ich identifiziere die verschiedenen Fegelach. Also ich habe jetzt auch bekannt mit meinen Zwiebeln. Winter ist gewann eine schwere Sache, weil es gewann Sachen, die durch in den Wald, weil die Wolfen, Wolfen, pflegen befallen Menschen. Wenn sie ja hungrig pflegen, pflegen sie befallen Menschen. Wir haben ja sehr mehr gehabt. Pflege ich normal vor, mit denen von der Arbeit erfunden, der Petiniane, pflege ich vor, mit den Schlitten zu der Schule. Und ich gehe mal. Und ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal.